Du hast jetzt mindestens eine halbe Minute, Netta. That's amazing! We did it, Frederick! Oh, wir haben ja, wir haben ja Spirit, Alter. Fickt uns so weg, ey. Naja, zu scheinig. Huh? Weggekrabbelt oder was war das? Was ist denn Apple? Mhm. Das langsam gewolltet. Oder die... Ich häng ja auch ab. Hör du dich um die Männer. Wir haben schon was um die Nase hier. Wenn wir fünf Sekunden durchhalten. Äh... Wurde grad die andere zwei, aber... Ich hab Angst, dass die jetzt gleich kommt. Ja, die ist hochkalt, alles gut. Wieder mit Chen. Er zieh wieder meine Tread. Ich glaube, die kann man aber gut verarschen. Ich weiß nicht, warum mir das so schauerngegangen ist. Ich spiele jetzt auch nicht super aggressiv, weil die ist ja auch nicht zurückgekommen. Du bist denn da mit der Rain, ne? Mhm. Deswegen hab ich ja extra hier markiert. Man sieht, dass ich ja gar nicht... Alter, verarsch ich die? Oh Gott, was für ein Noob! Ja... Ja... Ja, sie läuft grad hoch zu mir. Ja, jetzt würdest du gleich dagegen treten, pass auf. Ach, Traum. Ich find das so geil, ein Perk oder Scheiß? Ich hab meinen Spaß. Das ist geil, sie hat halt Pop, ne? Ja... Ja, aber ich muss trotzdem zweimal dagegen treten. Vielleicht hat er sie aber keinen Pop mehr, weil ich hab sie ziemlich lange geloopt. Sie hat nur erstes 100%. Okay... Ja, muss er haben, weil die... Wann sie gar nicht gesehen haben, da hinten. Hat sie Pop mit? Nee. Den wird nicht. Es kommt ins Main. Ja, kommt jetzt zu spät. Mir ist es so schön, wenn wir zu spät kommen und wir starft das Leben. Ja. Wo ist das? Auch ein Albers. Nein, nein, das passt schon in die andere. Was ist die... Hä, was? Nein, die andere ist von ihrem Gen weg. Ach so, ich hab jetzt gedacht, ich soll dich nicht abhängen. Warte mal, wenn du kommst. Ja, ich hab mich geteilt, Radbrick. Oh Gott, da ist das Basement, Alter, ich muss hier weg. Geh zum Killership. Ich komme zum fucking Killership. Yes, Radbrick. Ich hab's wieder gelobt, ey. Yes. Oh Gott, Radbrick. Smag mich. Smag mich. Alter, hast jetzt mich fast erwischt, ey. Wir können sie wenigstens... Oh, hier ist keine Pellet. Oh, hier ist keine Pellet, Frederic. Hier ist keine Pellet. Hier ist keine Pellet. Und ich dachte, hier wäre der Pellet. Weißt du, wir können sie... Oh, da ist kein Pellet, aber schaffe ich nimmer, schaffe ich nimmer, schaffe ich nimmer. Schaffe ich nimmer, schaffe ich nimmer. Direkt an den Pellet. Weißt du, wir können sie wenigstens loopen, ey. Ich weiß nicht, was die anderen machen. Ja, das passt doch. Dann willst du loopen und wir haben noch eine Chance. Ich hoffe, sie bleiben dran. Damit ist nämlich die Hälfte. Naja, sie läuft straight zurück. Also sie weiß garantiert, dass sie alle dahinten sind. Mit Hunderbrück war ich schon drin. Bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. So, hast du Renn schon weg? Die zweite Auge? Schaffst du das noch? Wir sind so dumm. Wie viel waren das jetzt noch? Zwei Sekunden. Ja, und so dritt wird er schon durch. Freddy, bitte verlass dich nicht auf die, ja. Also... Sie ist ja, bringt nix. Ja, du wirst mir jetzt nicht rein. Ob ich mich schneller haben kann alleine. Oh, der Looping-Spot hier ist doch scheiße, ey. Musst du Killership. Die einzige Chance. Das ist eigentlich echt nicht brav, Mann. Oh, Frederic. Sie hat mich schon da fast gekriegt, ey. Oh, Frederic. Sie hat mich schon da fast gekriegt, ey. Aber dahinter wäre halt echt der Dreck der Keller gewesen. Wo rennt sie dich denn hier nicht checkst überhaupt? Ach, come on. Einer ist am Chen, der andere rennt nur rum. Kate rennt nur rum und der eine ist am Chen. Diese Kate ist sowieso so nutzlos. Warte mal, sie geht weg. Warte mal, sie kommt wieder. Du bist ja alternat. Perfekte zu sehen hinter mir, ja. Und ich geh zu den anderen. Machen wir den anderen schon durch. Die kriegen mich nicht so schnell, keine Sorge. Ja, Dad hat das Goldbeb bei der. Der Looping Spot ist so gut. Guck mal, der aufs Gesicht gekriegt hat. Wir sind jetzt wach. No it? Nein, weiß wir noch nicht. Sind wir noch geschlagen? No it? Ja oder nein? Wir sind jetzt gerade ein Tod in der Nähe zu weit. Da werde ich doch gerade geschlagen. Dann war ich noch ein paar Töte, Töte im Züge. Ausgang ist in der Main. Äh, was soll ich das beschreiben? Dead Hard! Alter, wie lange ich die loben? Ich bin bei der Hedge. Ah, scheiße. Was wärst du dazu im Ausgangsdruck? Was soll denn da raus, ja? Ist ich nicht. Was bist du denn eigentlich? Ich könnte auch mal hinten tanken. Ja, der Killer schon. Können wir mal sagen, wo du bist? Sie hat mich verloren. Ja, sie kommt hierher. Ihr könnt raus, ich bin bei der Hedge. Sie kommt von der Pro hierher. Also, die beiden Trolle hat sie wahrscheinlich know it. Ja, ich hätte es so gelacht, Alter. Ich hätte es so gelacht, wenn sie es gehabt hätten. Alter, ich bin so krass geworden. Schauen wir mal, was das für Ränge waren. Uda könnte es in jedem Fall sein gewesen sein. 11 und 9. Wunder. Um. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020